Hallo und herzlich willkommen wieder zu Minecraft Wild Kreativ. Ja, wir haben das letzte Mal angefangen diese Bühne zu bauen. Sind leider nicht so weit gekommen, weil wir ausgemessen haben und ein bisschen Sachen angeschaut haben. Jetzt möchte ich gerne das noch irgendwie kopieren. Ich muss also da und da und da so ein Ding machen. Also, da in der Mitte. Da, da, da und da. Ja, das habe ich selber so gebaut. Ich habe es natürlich nur ein bisschen zusammengekleistert. Ich habe nicht so viel Mühe gegeben. Aber es sollte ja auch eine Burg sein, die eher schön aussieht und nicht so zutrefflich aussehen. Okay, haben wir da normale. Nein, wir haben etwa Brickslabs genommen. Ja, der Server ist nun öffentlich. Ihr könnt die ganze Zeit einfach drauf kommen. Und wenn ihr eben Lust habt, dann dürft ihr natürlich auch irgendwie etwas mithelfen, mitarbeiten. Es ist natürlich alles sehr willkommen. Scheinbar hat das Let's Play von Minecraft ein paar Hater erwischt, dass es einfach gehatet wird. Aber da kann ich wirklich nichts dafür. Ich gebe ja mir große Mühe. Habe halt am Anfang ein bisschen versaut. Mit dem komischen Satz, den ich gesagt habe. Aber, naja, das ist ja meine Art. Wer meine Art nicht mag, der kann es gerne schreiben. Aber ich bin nun mal so, dass ich sozusagen auch mal etwas Alberns mache. Und so weiter. Ich weiß gar nicht, ich habe das nicht so gerne, wenn man das machen muss hier. Das sind zwei Ganze. Und dort ist kein Ganzes. Hm. So. War das so oder so oder so? Oder so. Das sind jetzt zwei Fette. Muss ich die unten hin tun? Ja. Hm. Dann lasse ich da mal die zwei Fetten und mache die unten dran. So. Ja, ja, habe ich mich ein bisschen verrechnet. So. Es ist halt auch nicht so schwer, wenn man es halt auch nicht so arbeiten tut, wie man es gerne hätte. Aber ich bin ja einer, der nicht so der Profibauer ist. Das ist nun mal so. Ich hätte gerne wie ein Profi bauen können. Aber ihr seht es ja. Man braucht viel Geduld, viel Fleiß und so weiter. Also die zwei inneren, die sind klein. Da habe ich die noch groß gemacht. Ja. Muss ich die auch noch klein machen? Und so. Nie wirklich. Ja, dann kommen die roten hier rein. Ich glaube einfach so. Naja. Die kommen einfach hier rein. So. Gucke ich mir die noch mal ganz genau an, ob ich nicht etwas falsch gemacht habe. Also hier haben wir überall in der Mitte noch die halbe Steps. Danach kommt eins blau. Äh, blau. Dunkel. Also immer in der Mitte kommen die Dinge hin, hä? So. Okay. Dann müssen wir natürlich hier wieder oben machen. Und jetzt kommt ganz normal rot, oder was? Muss ich mir gucken. Zwei rot, stimmt. Ja, die zwei roten kommen jetzt. Okay. Ja, sollte ja auch asiatisch aussehen, hä? So. Also mein Let's Play ist ja mega gut gestartet. Ich habe ja recht viele tolle Sachen gefunden, wo ich ja das bauen will. Aber ich merke es langsam, die Leute werden bei mir auch langsam ein bisschen anspruchsvoller. Dann sagt doch bitte, was ihr besser haben wollt. Und solange ihr das nicht sagt, kann ich da auch nicht viel besser machen. Weil ich möchte ja auch, dass ihr entscheiden dürft. Auf meinem Kanal dürft ihr euch immer... Auf meinem Kanal dürft ihr immer entscheiden. Ja, dann sind es nur die drei, hä? Die drei, hä? Also der ist so, ja, genau. Der ist so. Dann haben wir das eigentlich. Also, mehr brauche ich ja nicht zu machen, gell. Gut. Boah, ist das schwer. Das mache ich jetzt sicher. Ja, eventuell können es ja die machen, die Wordedit kennen. Aber ich möchte einfach mal vorbauen. Das weiss ich gar nicht mehr genau, wie das denn so war. Man sieht es nicht. Ah ja, C. Rot. Und schwarz. Und dann haben wir noch nichts mehr. Nur noch unten. Unten die Fackeln direkt. Ich sehe das nicht gut. Dazwischen auf jeden Fall mal. Und wie? Da und da. Da, da und da. Und der Rest muss ich suchen. Schauen, hä? Das sind zwei Sterne. Also auf beiden Ding. Okay. Wie viel ist das? Zwei. Ja. Dann machen wir das noch kurz. Das sind zwei. So. Und hier sind sie auch schon. Okay. Das sollte eigentlich so sein, oder? Gibt es noch irgendwas zu machen? Habe ich irgendwas noch vergessen? Also hier drunter. Noch die Sachen, hä? Es ist so. Das sind zwei. Hm. Ja. Pff. Schwer, hä? Eins und dann eins. Ach so. Hm. Ja, ist klar. Tja. So habe ich dann oben zwei. Ich komme jetzt gar nicht mehr so aus. Da ist auch zwei. Vielleicht muss ich das so machen. Nee, sieht nicht gut aus. Ich lasse. Okay. Puh. So, jetzt machen wir noch. Hier. Fertig, hä? Das wird schwer. Also nervig. Schwer ist das ja nicht. Die Kuh kann gleich mal sterben, indem sie verreckt, indem sie verquetscht wird und erstickt. So, coms 2 von United States. Okay. 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 Da kann er einfach reinkommen. Hahaha. So. Wir müssen noch ein bisschen grudeln. Ah, du bist jetzt grüßt. Das ist so. Verrück. Shoo. So, habe ich das auch. Ich mache das extra ohne World Edit. Es wird einfach zu viel mit World Edit gemacht. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ja, es hat alles im Bau noch, aber ja, nicht so schlimm. Die ganze Burg ist noch im Bau, sozusagen, möchte ich damit sagen. Der Server ist natürlich noch im Bau, aber jeder, der mithilft, kann es natürlich verkürzen. Irgendwelchen Baumöglichkeiten könnt ihr alle beweisen, wie gut ihr bauen könnt und dadurch auch Bilder werden. Danach Masterbilder und so weiter. So. Also gehen wir mal zu denen, die so süß sind und kommen. So dankbar. Oh, mein Fussballfeld ist so schön. Ah, die sind wahrscheinlich schon. Ah, da sind. Ist da eine. So. Na du. Na du. Kann nicht aufsummen. Okay. 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 Genau, die können natürlich jetzt noch nicht einsummen. Dachtest, du kannst, du wirst einen eigenen machen. Dachtest habe ich geschrieben. Dachte. Dachte. Wie wär Wasser? Ja, die haben wahrscheinlich die Regen gelesen. Genau, glaub's auch. Äh, ähm, der ging früh ins Bett, ist krank, genauso wie ich. Alle verdienen diese Ränge, aber jeder muss dafür arbeiten. So, was haben wir? 15 Minuten, okay. Hm, was haben wir sonst? Ja, eigentlich möchte ich schon wieder etwas bauen, aber... Naja, ich hab gerade nicht so viel Lust. Hm. Ja, keine Ahnung. So, sorry, dass ich jetzt das alles mache. Ja, hier haben wir die Kronen, die er inversächlich gemacht hat. Hier bauen wir wahrscheinlich noch die Sachen für die OPs und, ähm, Admins und so. Ja, was ist denn so leicht? Denkt ihr, ist es so leicht? Mach ich denen mal leichter. Einfach die Monster aus, das grüne Portal am Spahn. Nur dort Minen und Sachen abbauen, die nicht nachwachsen. Gut, dann merken sie es auch mal. Die haben wahrscheinlich das erste Mal halt einen Server betreten, wo man das machen muss. Vielleicht haben sie nur, äh, Minigames selber gemacht und so weiter. Und deshalb, ja, hm. Also, hoffentlich klappt das alles. Für die neuen Leuten, die auch halt nicht so sich kennen, also die Server kennen. Also, das ist halt ein Survival-Server, da kann man nicht einfach nach, ähm, Zeug fragen. Ich habe allen Admins genau gesagt, was man, ähm, darf und was nicht. Also, es darf niemand Sachen von den Admins, äh, entschieden lassen oder so weiter. Und wenn es trotzdem gemacht wird, muss natürlich jeder ein Bild oder so etwas mir schicken am dracobasler.gmail.com Und dann haben wir, ähm, auch das Indiz dafür, dass einer halt den Admin-Beruf nicht verdient hat oder Baumeister oder OP einfach. Ähm, viel drauf schäunen. Nett sein, nicht gegen die Regeln, verstoßen und so weiter. Jeder Rang hat ein anderes. Muster Baut zuerst Was Schönes für Bilder. Mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall mit Cesslic besprechen. Wir sind ja die zwei Ohne. Ähm, wir haben uns zwei Ohne gemacht, weil wir es einfach können. Nein, einfach wollen, dass einfach zwei auf den Server aufpassen. Und, ähm, er kann sehr wenig, ich kann sehr wenig. Dann ist zwei wie einer. Okay, das ist nicht gemutet. Hm, es sieht irgendwie so schön aus. Es ist schon ein bisschen zu breit, habe ich so das Gefühl, aber es sieht mega schön aus. Es ist ja schön, dass da nicht Schnee drauf wächst. So wächst da kein Schnee drauf. Es ist wahrscheinlich in diesem Biom, ne? Ja, der Backwar und der Teigwar werden wahrscheinlich das noch ein bisschen schöner machen hier ringsum. Und sonst eben, wenn ihr Verbesserungswünsche habt, nur her damit. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst bei euch. Jeder, der mal etwas machen kann, wird es natürlich auch sehr dafür lohnen, es zu machen. Also es ist so, ich mache etwas für einen guten Zweck. Und jeder, der auch für einen guten Zweck etwas machen will, der sollte halt auf meinem Server joinen. Und wer halt auch etwas damit bezwecken will, der darf es auf jeden Fall dringen. Es geht mir eher darum, dass nicht alle Ehemann dem spenden. Ihr spendet eigentlich nur dem Zweck, dem Mittel vom Zweck und dem Forscher. Aber für die Kranken könnt ihr nicht spenden. Das geht einfach nicht. Dann müsst ihr alles selber machen. Sonst geht es nicht. Nein, müsst halt finden. Wir verkaufen eventuell später mal einen. So. Wir machen jetzt hier vorne dann noch ein Wappen, ein Banner, der einfach zeigt, ja, hier ist die Heavy Metal Band. Oder so weiter. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Aber eben für jede Verbesserungswünsche und so weiter, bin ich natürlich sehr offen. Gott, 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 Gott. So. Ja, wie soll ich jetzt das am besten machen? Ich bin gerade ein bisschen am denken. Hier kommt ja der Turm hin. Hier kommt der große Turm hin irgendwie. Habe ich jetzt gerade so ein bisschen gedacht. Und hier drüben kommt auch noch irgendwas hin. Hier kommt ein Parkplatz hin. Mit Kutschen. Ein Kutschenparkplatz. Ja, dann haben wir da riesige Oben-Air-Konzerte. Und so weiter. Vielleicht noch ein Ring. Ein Boxring in die Mitte. Genau. Autsch. Macht weh. Der Planet, der muss halt noch grün werden. Die sind gerade in den Ferien von Minecraft. Parkwan, Taiwur. Sesslik wird wahrscheinlich hier etwas bauen. Und... Ja, meine Villa wird auch noch ausgebaut. Ja, jetzt könnten wir vielleicht hier noch ein bisschen etwas machen. Ja, nein. Das erspare ich euch mal. Wir werden einfach hier noch ein bisschen dekorieren. Und zwar... Noch ein paar von diesem Zuckerrohr hin tun. Zuckerröhrchen. So. Ein paar... Ein paar... Seerosenbläckter. Ach gut. Sehr gut. Ähm... Danach... Alium. Und... Hm... Was war's? Ah ja. Weins. Mal gucken, wie sich das ausbreitet. Also... Also hier kommt eine Blume hin. Hier kommt eine Blume hin. Hier. Und... Ja, das ist ja echt. Also... Ja, die Kürbisse habe ich zum Beispiel hier noch ein bisschen vervielfältigt. Und auch die Rosen. Also... Die Liliak. Liliak. Hier, das sollten eigentlich Fussbälle sein. Ich tue jetzt zweimal wieder weg. Aber die Fussbälle gehen nicht. Lieber noch ein Spinnnetz hier dran machen. So. Ja. Ähm... Ich weiß es nicht. Ich kenne den Ding nicht. Na gut. Ähm... Ich sollte ja auch das Sitzplugin gehen. Aber das geht irgendwie nicht. Ah doch. Jetzt geht's. Cool. Man kann... Jetzt auch... Sitzen. Schön. Wunderbar. Ja, jetzt machen wir noch F5. Oh, wie toll. Das sieht mal genial aus. Ach gut. Ja, ich bedanke mich für's Schauen. Rechts. Klick. Auf Treppen. Und Halft. Steps. Ich glaube, man kann nachher auf Halft-Steps... Ähm... Plugins... Better... So. Habe ich ihm denn das geschrieben. Juhu. Ähm... Im nächsten Park geht's dann weiter. Ich brauche halt einfach... Einige Zeit, um mich so ein bisschen wieder... An kreativ zu gewöhnen. Es wird halt nicht so oft kommen. Ich dachte, ich kann's öfters machen. Aber... Es ist schon genug schwer, einfach mich vorzubreiten. Weil kreativ für mich nichts Nettes ist. Ja, ich werde natürlich Survival wieder bringen. Im Livestream und so weiter. Und ich werde auch noch ein bisschen Videos bringen überwählt natürlich. Jede Zeit. Ja. Ach, meine Piraten... Schädel... Äh... Ja. Wie das bei Piratenbanner... Ja, geht. Ist toll. Und hier in Piratenrüstung. Ja. Ähm... Ich habe mir noch gedacht, ich werde mal eine Freizeitparkwelt machen. Aber, ähm... Das werde ich dann noch recht ankündigen. Wer ist für Freizeitparkwelt? So. Dann wissen die Leute natürlich, sie sollen mich anschreiben. Weil ich bin ja der Haupt-Owner. Gut. Ähm... Ja, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Und... Eben. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas... Cooles im Kopf habt. Und ihr auch auf dem Server wollt. Da dürft ihr natürlich einfach reinkommen. Und... Auf mich warten. Tschüss.